ja hallo mobiflip wir sind hier jetzt bei panasonic und haben die dmc cm1 hier in der hand die communication camera das ist im prinzip ein vollwertiges android smartphone mit 4,7 zoll display diagonale und als besonderheit hat es halt eine 1 zoll sensor auf der rückseite verbaut da ist eine leica linse drin die 28 mm kleinbildäquivalent festbrennweite hat und anfangs blende 2.8 bis blende 11 geht in der camera app selbst die ihr auch über eine taste am gehäuse direkt aufrufen könnt habt ihr eine vielzahl von von möglichkeiten die einstellung zu verändern im prinzip wie es von einer professionellen kamera auch gewohnt seid also ihr habt hier zum beispiel die modus auswahl auch mit selber definierten programm c1 c2 und in der app selbst kann man dann auch noch wechseln die blende einstellen die verschlusszeiten und ihr seht unten den den ring diesen halbkreis offen vorne an der am objektiv habt ihr auch einen einstellring über den ihr dann halt diese einstellung ändern könnt also nicht nur touchscreen fähig sondern halt auch noch ein manuelles element ja ansonsten das android wird gepowert von einem quad core qualcomm prozessor 2,3 gigahertz sind da bei lte fähig ist es natürlich zwei gigabyte ram unterstützens und 16 gigabyte interner speicher sowie die möglichkeit bis zu 128 gigabyte micro sd zu erweitern machen das ding zu einem ziemlich runden paket der akku hat 2600 milliampere stunden bei dem display würde ich sagen reicht das bei der kamera ist dann natürlich die frage wie hungrig die wird und da bleibt es dann in der praxis abzuwarten wie viel auflösung der akku verträgt das war es vom panasonic stand ich sage danke fürs zuschauen und bis zum nächsten